Konnichiwa meine Äpfelchen und herzlich Willkommen zur achten Ausgabe von Wer Wird Ihr Magnionär 2. Hier ist euer Gastgeber, Basti Eppel. Hallo. Und ich begrüße auch direkt unseren heutigen Gast. Komm mal, ade. Heyho, Minecraft. Freunde, Willkommen. Oder danke für die Einladung. Ach, Blue, ach, das ist doch herrlich. Das gab's auch noch nie. Das gab's dir noch nie. Das ist neu. Meine Güte. Dann nehm ich doch direkt mal Platz. Hallo, hallo. Ja, optimal. Du zum dritten Mal jetzt hier. Ja, kommt hin. Ja, doch. Und beim zweiten Mal leider von 32.000 runtergefallen. Richtig, leider. Mann, da war ich ein bisschen doof. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich schlauer geworden bin. Ich hoffe es. Ich würde gerne noch einmal meine Position hier tippet werden. Das fehlt noch. Erzähl weiter. Ja, keine Ahnung. Und mal schauen, ob die Fragen schwieriger geworden sind oder ob die noch gleichbleibend schwer sind. Ja. Mal gucken. Wahrscheinlich ist die Vielfalt noch mal größer geworden mit den neuen Minecraft-Versionen. Das auf alle Fälle. Oh, naja. Ich hab ein wenig Angst. Ja. Berechtigt. Ja. Aber es ist auf alle Fälle bis zu einem gewissen Maß locker machbar und dann wird's knobelig, dass man anfangen müsste zu zocken. Aber wird schon schief gehen. Und dafür hab ich dann ja auch noch ein paar Joker in der Hand. Von daher. Ich hab auch gehört, ich hab acht Joker. Acht Joker, ja richtig. Du hast nochmal die vier Internet-Joker. Die werden geil. Und immer wenn du einsetzt, kriegst du zwei neue. Oh ja. Das ist die special Regel. Gut, dann fangen wir einfach mal an mit Frage Nummer eins. Ja, gerne. Es geht um 50 Diamanten und die Frage lautet. Du bist ja ein erfahrener Captive-Spieler, ne? Das sollte also kein großes Problem für dich sein. Hoffe ich doch. Okay, schieß los. Welche Farbe hat eine normale Weltbarriere? Ist es A. Gelb, B. Rot, C. Grün oder D. Blau? Eine ganz normale. Die sich nicht bewegt. Verändert. Eine stilnormale so Weltbarriere. Wie bei Captive. Oh weia. Ich kenn die Farben Blau und Grün. So, das sind so die Farben, die ich kenne. Jetzt muss ich überlegen. Wenn ich Humba, Humba, Humba gemacht hab. Ich glaube, das wurde dann immer Grün und war sonst immer Blau. Doch, das kommt hin. Weil man, Grün ist ja eher auch eine positive Farbe. Verbindet man immer mit was Positivem. Also deswegen würde ich jetzt darauf schließen, auch so aus dem Kopf, aus dem Gedächtnis, dass das auf jeden Fall, ja, normalerweise immer Blau ist. Nimmst du das? Dann locke ich ein. Das ist auch vollkommen richtig. Ja! Ich hatte echt schon eben Angst. Weil mir das, mir war das gerade eben gar nicht so wirklich im Klaren, wie das denn nochmal war. Und das ist eigentlich so eine einfache Frage. Aber, aber gut. Geschafft. 50 Euro. Jetzt. Gut, machen wir weiter mit Frage Nummer 2. Es geht um 100 Diamanten. Und die Frage lautet, wie viele Slots hat dein Server aktuell? Sind es A, 10.000, B, 12.000, C, 14.000 oder D, 15.000? Äh, lass euch überlegen. Ich glaube, ich nehme da D, 15.000. Das ist vollkommen richtig. Was? Sag bloß, das wusste er. Das habe ich jetzt nur geraten. War schon schwer für dich, ne? Ja, war schon schwer, ne? Das war schon eine Hammerfrage. Also gerne so weiter. Wenn die Millionenfrage genauso wird, dann, Leute, ich mache ein Fest. Jeder darf kommen und jeder bekommt Diamanten. Jeder bekommt einfach dann Diamanten. Und gerade Bratwürste gibt es auch, ne? Currywürste, ja. Currywürste, okay. Gut. Ah, ja, Bratwürste mit Soße extra wäre zu teuer, ne? Ketchup und Senf. Ja, das geht dann nicht mehr. Currywürste, mehr muss es nicht sein. Ja. Dann ist auch jeder zufrieden. Gut. Machen wir weiter mit Frage Nummer 3. Es geht um 200 Diamanten. Wir bleiben bei deinem Server, aber nur für diese eine Frage. Und zwar lautet diese Frage. Oh, jetzt wird es peinlich bestimmt. Welchen Spielmodus gab es noch nie? Ist es A, Aura Plus, B, Aura Extreme, C, Aura oder D, Aura Classic? So ziemlich von der Namensgebung her nur. Einer ist auch ein bisschen doppelt. Nochmal bitte, alle Antworten. Aura Plus, Aura Extreme, Aura und Aura Classic. Welchen Namen für einen Spielmodus gab es noch nie? So klingt das, glaube ich, ein bisschen, vielleicht noch einfacher. Aura, also Aura Extreme und Aura Plus kommen wir beide. Also, Extreme, da würde ich mehr drauf tippen, weil ich das nur noch nie gehört habe. Aura Extreme. Ist das irgendwie neu? Habe ich heute was verpasst? Nein, keine Ahnung. Also, aber Aura Plus hieß früher mal die eine Variante davon? Ich glaube schon. Oh, lass mich überlegen. Ich stand vor der, ich muss es mir immer so ein wenig vorstellen. Ich stand vor der Schilderwand, möchte Aura spielen. Da gab es Aura am Anfang. Aura Extreme gab es aber nie, bin ich der Meinung. Extreme, nee. Also, der erste war Aura Plus, der zweite war B, ist Aura Extreme und C und D waren was nochmal? Aura und Aura Classic. Ja, Aura und Aura Classic, das ist ja jetzt neu. Aura Plus, also Aura Extreme, habe ich noch nie gehört. Dann würde ich das einloggen. Nimmst du das? Das nehme ich. Das ist vollkommen richtig. Ja? Ja. Okay, weil irgendwie, ich war mir mit Aura Plus gar nicht so sicher, aber Aura Plus, gab es wirklich mal Aura Plus? Äh, also... War das früher die Variante mit dem, wo alles plötzlich kaputt ging? Also, erst war ja ganz normal Aura da, das kam ja irgendwann. Genau, richtig. Und dann wurde dieses Feature hinzugefügt, dass die Blöcke kaputt gehen, wenn man entgegenflog. Und dann wurde das aufgeteilt in Aura Classic und Aura Plus. Plus ist dann mit dem Blöcken zerstören und Classic ist so, wie es ganz in der Ur-Eerscheinung war. Ah, okay. Alles klar. Oh, ich bin im Stuhl versunken. Hilfe. Na, nur bei dir. Jetzt geht's. Gut. Ja, machen wir weiter mit Frage Nummer 4. Es geht um 300 Diamanten. Und die Frage lautet, welches ist kein Easter Egg auf YouTube? Google und YouTube bieten ja ein paar Easter Eggs. Hätten wir da einmal A, Do the Harlem Shake, B, Beam me up Scotty, C, Raupen Modus oder D, Use the Force Luke? Also ich würde ja jetzt persönlich auf Raupen Modus tippen, weil einfach alle anderen Begriffe irgendwie englische Begriffe sind. Nummer A, also mit dem Harlem Shake, das geht auf jeden Fall. Ähm, und ich schätze mal, dass diese verrückten Namen wie B und D genauso möglich sind. Das kommt ja oft aus nach amerikanischem Raum. Und deswegen, also Raupen Modus, das passt da, finde ich nicht ganz so rein. Raupen Modus ist eher was anderes Cooles, aber nicht, ähm, aber ist auf jeden Fall hier bei der Antwort gefragt. Deswegen ich logge ein, Raupen Modus. Aber was ist, wenn es ein Hinterhalt ist? Also nochmal die Antwortenmöglichkeiten. Und die Frage. Ja, welches ist kein Easter Egg auf YouTube? Do the Harlem Shake, Beam me up Scotty, Raupen Modus, Use the Force. Ach, warte mal. Ist kein... Ist kein Easter Egg auf YouTube. Ach so. Ja, kein ein Easter Egg, dann ist es Raupen. Also, das ist kein Easter Egg... Moment. Jetzt bin ich durcheinander. Quasi die anderen drei müsste es geben als Easter Egg, wenn man was sucht, irgendwo eintippt, was auch immer, dass dann irgendwas Besonderes passiert, was sonst nicht passiert. Ja, so Harlem Shake gibt's, ähm, auf YouTube. Puh. Vielleicht war das auch ganz gut, was du davor sagen wolltest. Ja, also ich würde schon an meiner Begründung festhalten, wegen aller drei Begriffe da, diese, äh, bis auf Raupen Modus sind ja amerikanische Begriffe irgendwie, ich habe auch von der Harlem Shake schon gehört und so. Bei den anderen beiden davon habe ich noch nie vorher irgendwie was gehört, deswegen, ich logge jetzt auch ein, Raupen Modus. Das ist auch richtig. Juhu. Wir wollten es natürlich ein bisschen einfacher halten, ist ja immerhin erst mal die 300-Frage, ne? Du musst es ja noch einfacher halten, sonst hätten wir natürlich richtig aufgedreht, das sage ich. Oh, weia, okay. Jetzt kommt schon die 500-Euro-Frage und da wird es schon bestimmt heftiger. Boah, 500-Diamanten-Frage. Und eine Sicherungsstufe. Und eine Dias hast du dir schon mal sicher. Dann kannst du schon mal nicht so, wie beim Zocker-Special. Oder du machst es wie Spy-Buy. Warum? Was hat er da gemacht? Er hat bei der Frage einfach verkackt. Echt? Bei 500? Ja. Und es hat auf 0 zurückgefallen. Dazu gehe ich meinen Hut. Sehr gute Leistung. Also, okay, aber ich habe es ja auch noch nicht geschafft. Ich habe es auch nicht geschafft, ich möchte nicht lachen, bevor ich das auch nicht schaffe. Das passt schon. Ja, Frage Nummer 5. Es geht, wie du gesagt hast, um 500 Diamanten. Und die Frage lautet, wie viele Pixel ist ein Ackerboden hoch, bezogen auf Default, ganz normal, 16x16 Pixel? Ein Ackerboden? Ein Ackerboden. Halt, wenn man mit einer Feldhacke auf den Erd draufhaut. Auf den Erdblock. Ja. Entweder A1 Pixel, B8 Pixel, C15 Pixel oder D16 Pixel. Nein. Was ist das denn für eine Million-Frage? Also, so schwer ist das nicht. Denk mal scharf nach. Ja. Also. Also, ich sage mal, das sind ja unterschiedlich bekannte Größen. Genau, Ackerboden ist ja ziemlich flach. Also, 1 wäre so wie ein einziger Schnee unten, so ganz klein. Das wäre 1. Ich glaube, das wären sogar 2. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was meinst du mit Ackerboden jetzt, genau? Wenn man mit einer Feldhacke auf den Erdblock draufhaut. Ja. Dann verschwindet die Erde. Dann verschwindet die Erde und dann wird Ackerboden draus. Pass auf. Ach so. Ja gut. Nochmal bitte die Antwortmöglichkeiten. 1, 8, 15 und 16. Also, 1 wäre halt wie gesagt, so ein Schnee müsste das ungefähr sein. 8 ist ein Half-Slap. 15 ist dann so ein bisschen kleiner, so als wenn man ganz, ganz, ganz viel Schnee aufeinandersetzt und einen übrig lässt. Und 16 ist ein voller Block. Ja, demnach wäre es dann 15. 15? Das würde ich dann auch einloggen, weil dann fehlt ja im Prinzip genau so eine Fläche auf dem Block oben drauf. Wie wenn man, also wie du gerade halt auch gesagt hast, da fehlt halt eine Fläche. Also, du bist ein bisschen eingedellt, sagst du. Genau, genau. Und deswegen würde ich nicht auf das Höchste tippen, sondern auf 15. Ja, das ist vollkommen richtig. Hui, hui, hui. Das war schon, also, war schon eine knifflige Frage. Aber dank deinen Tipps konnte ich das dann doch erschließen. Also, da sieht man es nochmal ganz gut. Also, hast recht. Das ist echt, also, gute Frage auf jeden Fall. Also, das wusste ich noch nicht, wirklich. Aber interessant mal zu wissen. Warst du auf den letzten, warst du in den letzten Tagen auf Twitter ein bisschen? Ja, doch, klar. Dann hast du das doch bestimmt mitgekriegt. Und zwar Frage Nummer 6. Es geht um 1000 Diamanten. Und die Frage lautet, wie heißt der vermeintliche Konter zu den Videodays? Es ist A, das Gang Meeting, B, Gang Travel, C, der Gang Trip oder D, die Gang Tour. D, die Gang Tour. Soll ich sagen, warum ich sofort einlogge? Ja. Weil ich hab die ganze Zeit gerade, wo du die Antwortmöglichkeiten genannt hast, weil alle klingen irgendwie plausibel und man könnte sich drauf aufhängen oder so. Ich hatte die ganze Zeit Gang Tour im Kopf und ich hab mir gesagt, wenn das kommt, dann nehm ich es auch sofort. Ja, das ist auch richtig. Ja, wunderbar. Weil ich hätte mich auch, ich dachte schon mal, ah, okay, das könnte es auch sein, aber nee. Ich bleib dabei, Gang Tour. Ja. Super. Richtig, das ist ja schon mal in etwas, ne? Ja. Machen wir weiter mit Frage Nummer 7. Es geht um 2000 Diamanten und die Frage lautet, welcher YouTuber befindet sich nicht zwischen dir und der Million? Also quasi hat mehr Abonnenten als du, hat aber noch nicht eine Million erreicht, so wie du. Ja. Und einmal für die Zuschauer, wir haben heute den 15. Ist das richtig? Heute Stand. Moment, ich muss dir ein Dings nachgucken. Gestern war Valentinstag, heute müsste der 15. sein. Wir haben heute den 15. Stand, irgendwann 19 Uhr. Auf alle Fälle, falls sich da noch was ändern sollte, vielleicht hast du ja plötzlich einen riesigen Aboschub und hast dann zwei Millionen, weißt du, dann passt das ja nicht mehr. Ja. Auf alle Fälle ist es entweder A, Zombie, B, Bushido, C, Unge oder D, Darum. Also, bei Bushido, also ehrlich gesagt gucke ich jetzt nicht besonders oft, auch bei mir nicht wirklich auf die Abozahlen oder so. Ich weiß selber gerade nicht, wie viel ich habe. Ich weiß über 900.000, ich weiß auch über 930.000, aber wie genau es da steht, weiß ich nicht genau. Bei Unge, da hat er jetzt seinen Kanal neu erstellt, da weiß ich auch, dass viele rübergekommen sind, dass auch zum Glück viele rübergekommen sind. Und der Kanal wieder, wieder alte, schön gewachsen ist. Bei Darum, da weiß ich es wirklich, habe ich überhaupt gar keine Einschätzung. Und bei Bushido, ja, habe ich, ich weiß, dass er vor einem halben Jahr ungefähr 500.000 Abonnenten oder so hatte. Das war schon, also er hatte da auch ein relativ starkes Wachstum bei den Abozahlen. So, aber ich muss mich ja jetzt entscheiden. Und Zombie hast du ganz vergessen. Ach, Zombie. Oh. Hm. Kann ich auch nur, ah, ich glaube, aber den habe ich, ich glaube, der hat etwas weniger Abonnenten als ich. Und das war schon, ich glaube, ich habe ihm damals, ich glaube, er hat so 700.000 bis 800.000 Abonnenten oder so. Aber er ist noch weit hinter mir. Also Zombie schlägt sich aus. Bushido schlägt sich auch noch aus. Weil er einfach damals, also ich glaube nicht, dass er immer noch so viele Abonnenten bekommt. Einfach, weil dann vielleicht die, ja, Bandbreite so ein wenig, ja, weniger geworden ist. Und er vielleicht weniger Promo auch macht über seinen Kanal. So, dann bleibt noch darum und unge, wenn ich mich nicht vertue. Ja, weil ich einfach mal schätze, weil wir ja hier Minecraft-LPR unter uns sind. Und ich, ich dürfte, obwohl, welche Joke habe ich? 50-50 Internet und Telefon. Und die Frage war, wer mehr hat? Ja, wer mehr hat und noch nicht die Millionen geknackt hat. Wobei, ich darf gar nicht sagen, keiner von diesen hat bisher die Millionen geknackt. Also quasi nur größer. Ach, Leute, ihr kennt mich. Ich setze alles auf eine Karte immer. Ich nehme unge. Ich logg's ein. Unge, du sagst, unge ist kleiner als du. Ist kleiner. Das ist ja quasi, wer befindet sich nicht zwischen dir, deiner Abo-Grenze und der Million. Sprich, größer als du und kleiner als die Million. So im Bereich 950.000, eine Million, so in dem Bereich ungefähr. Wer befindet sich da nicht drin? Ach so. Ich glaube, unge hat ja schon so viele in etwa wie ich. Dann darum. Dann darum, sagst du. Darum hat weniger als du. Moment, Moment. Ich würde gerne den 50-50-Joker dann doch nehmen. Du sagst, du bist den 50-50-Joker? Jetzt irritiert mich das alles so ein wenig. Ja, den nehme ich. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, womit ich dir am meisten helfen kann. Denn das würde ich dir natürlich geben. Was wäre eine größte Hilfe für dich? Äh, 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 äh. 790, irgendwo so schwirrt er jetzt herum. Ja. Aber auf jeden Fall noch kleiner als du. Okay. Okay, hui, hui, da wäre ich ja beinahe in die Falle getappt, weil ich die Frage nicht mal richtig im Kopf hatte. Meine Güte. Aber zum Glück. Und mit dir und ungewassen Kopf-an-Kopf-Rennen, also auf Social Blade ist er noch kleiner als du, wenn man sich die deutsche Liste anguckt. Aber ich habe eben um 19 Uhr nachgesehen, da hatte er 200 Abonnenten mehr als du. Oh. Ganze 200. Herzlichen Glückwunsch. Ah. Ja. Ja, sauber. Gut, machen wir weiter mit Frage Nummer 8. Es geht um 4000 Diamanten. Und die Frage lautet, wie viele Türenarten gibt es? Nein. Nein, nicht ganz gemein in 1er-Schritten, sondern 5er-Schritten. Entweder A, 2, B, 7, C, 12 oder D, 17. 17 schätze ich nicht. Also es gab 2, schließe ich auch aus. Was bleibt noch übrig? 7 und 12. 7 und 12. 12 finde ich auch zu viel. Wenn ich mir jetzt vorstelle, hier 12 Blöcke. Verschiedene Farben haben die Türen dann ja, ne? Farbenmaterialien, ja. Falltüren zählen übrigens nicht. Also nur 2 Blocktüren. Gut. Also ganz normale Türen halt. Ja. Ja, dann würde ich auf 7 tippen. Weil wenn ich mir hier vorstelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ist okay. Auch wenn man sich Texture-Pack-Vorstellungen irgendwie anguckt, dann sieht man manchmal so Türen gelistet. Aber 12 finde ich schon wirklich, da kommen wir nochmal 5 Stück hinten ran. Ne, also 7 logge ich ein. Das ist vollkommen richtig. Juhu. Das wäre auch sonst mega krass gewesen, 12. Also 7 Holzarten. Es gab ja erst dieses ganz normale Holz. Dann hatten wir die 3, die dazugekommen sind. Da hatten wir hier Dschungel, dieses Helle und das ganz Dunkle. Das wurde dann zugefügt. Und dann kam ja irgendwann hier noch Akazie und noch eins. Das sind 6 Holzarten, die wir haben und dann noch Eisentür dazu. Ah, okay. Ach, die Eisentür, die zählte auch. Ja, klar. Ja, sicher. Ist ja auch eine normale Tür. Deswegen habe ich auch Materialien gesagt. Ja, klar. Gut. Frage Nummer 9. Es geht um 8000 Diamanten. Die Frage kommt von Bicom und sie lautet. Wie lautet die deutsche Übersetzung von Dirt? Spielst du Minecraft auf Deutsch? Dann könntest du vielleicht wissen. Ist es A, Dreck, B, Erde, C, Matsch oder D, Boden? Oh, ist die Frage gemein. Also es könnte, also Matsch, das glaube ich nicht. Was ich ja wieder hier vermute, ist, dass das wieder in irgendeiner Version neulich geändert wurde. Weil das hatten wir in letzter Zeit oft den Fall, dass die deutsche Übersetzung geändert wird. Deswegen, ich gucke mal kurz währenddessen nach. Denk, tu mal nach. Okay. Okay. Also Matsch, meine erste Überlegung war ja Dreck. Das hatte ich mal so irgendwie im Kopf. Dreck. Dreck. Aber deine Frage war ja der Grasboden. Also ne, Gras, Dirt. Dirt. Also Dirt, ja. Dirt heißt ja im Prinzip Dreck. Dirt, Dreck. Und Erde hast du auch noch gesagt, ne? Oder? Und Matsch hast du gesagt und welches war das vierte? Boden. Boden. Also wäre jetzt schon wirklich gemein, wenn das Boden heißen würde. Matsch glaube ich nicht. Also persönlich, ich würde ja auf Dreck tippen. Ähm, ich hätte natürlich, meine Joker will ich mir doch eigentlich aufsparen. Rausfliegen möchte ich auch nicht. Hm. Also, wenn es geändert wurde. Dreck. Also einfach jetzt mal 1-7-2. Gehen wir von dem Status aus, wo wir gerade aufnehmen. Okay. Ja. Ja. Da würde ich dann doch noch sagen, dass es Dreck heißt. Das würdest du so nehmen? Das würde ich so einloggen, ja. Ja, ganz okay. Du spielst auf Deutsch? Ich spiele auf Deutsch, ja. Dann kann dir ja mein Statist hier mal ein Artblock rüberwerfen. Ich glaube, der ist in dem Trichter gelandet, kann das sein. Ich glaube auch, warte mal. Ja. Als ob das so heißt. Als ob. Das ist natürlich fake. Krass. Ja. Ja, dann. Würde ich Erde nehmen. Verdummt. Ja, nee, heftig. Also, das wusste ich echt noch nicht. Das war dir nicht so bewusst? Nee. Ich gucke jetzt einfach mal nach, ob wir da vielleicht einen Toleranzraum haben. Denn das haben wir manchmal, das kam schon vor, dass einfach zwei Antworten richtig sind. Einfach, weil es vor kurzem geändert wurde oder erst zurückgeändert wurde. Was auch immer, weißt du? Ja. Das könnte dich jetzt noch erlösen. Wenn nicht, dann nicht. Dann darfst du dich bei Baikum bedanken für das Einsenden der Frage. Oh ja. Also, der Wiki-Artikel heißt auf alle Fälle noch Erde. Und Dreck. Finden wir hier irgendwas, was sich hier umgenannt hat nach Dreck. Grobe Erde haben wir... Oh, ich höre dich gerade nicht. Okay. Nee, nee, aber dann wird es wohl Erde sein. Ich weiß nicht, warum komme ich denn dann auf... War wohl Einbildung dann wohl. Also, es ist... Krass. Es gibt keinen Dreck. Nein, gar keinen Dreck vorhanden. Es ist Erde, leider. Schade, schade, schade. Mist. Aber du bist immerhin nicht Schlechtester. Nicht? Nee, stimmt. Das ist schwer. Huiuiui, ich gehe dann halt mit 500 Euro Diamanten nach Hause. Gut, kann ich halt doch keine Mega-Party machen, aber immerhin habe ich 500 Diamanten. Das ist doch auch was. Was hast du eigentlich mit deiner Mille letztes Mal angestellt? Die habe ich schon verprallt. Habe ich schon alles auf den Kopf gehauen, ja. Okay, für Currywurst? Nee, habe ich mit meinen Minecraft-Freunden gemeinsam in Diamantenschwerte investiert. Und in Diamantenrüstung. Und dann dicke Battles gemacht immer. Das ist natürlich stark. So. Ja. Ach. Wollte ich jetzt mal Frage 9 draufschreiben. So. 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 Deine Statue steht auch schon mal. Und das Schild hängt auch. Ja. Moment. Kannst du mich porten? Ja, natürlich. Oh. Oh. Von 8000 auf 500. Schade, schade, schade. Aber es macht immer so viel Spaß hier. Bei welcher Station bist du letztes Mal runtergefallen? Ich glaube 32, ja. Ja, bin ich. Aber. Mist. Hast du nochmal 500, hast du nochmal für ein paar Diamantschwerter was. Doch, noch 50 Stück kriegst du nochmal hin. Stimmt, stimmt. Ja. Ja krass, aber wirklich coole Fragen waren auf jeden Fall dabei, die ich so jetzt kennenlernen durfte. Und die mit Dirt, die war gemein. Ich weiß gar nicht, warum ich es im Kopf hatte. Ich weiß nur noch, früher habe ich halt gerne mal, wenn ich irgendwie Häuser gebaut habe aus Dreck oder so, habe ich immer gesagt, oh wir bauen richtig ein Dreckshaus hier. Und deswegen hatte ich das so im Kopf. Aber Erde macht natürlich Sinn und wenn es so steht, klar. Ja, wir hatten Übersetzungsfragen, hatten wir nämlich so, das ist so die alte, wie viele Leute hast du in deiner Abo-Box-Frage, weißt du? Wie wir das früher hatten, haben wir das jetzt in letzter Zeit öfters gehabt. Einmal mit Redstone, wie heißt Redstone in der deutschen Übersetzung? Oder, ja, das ist nochmal mal. Aber auch eine gute Frage, wie heißt das auf Deutsch? Redstone. Rotstein. Das war nämlich gerade quasi die Frage. Roter Stein, Rotstein, Redstone und es war Redstone. Und das ist noch irgendwo mit mir. Fällt aber gerade nicht ein, wo mit. Alter, das wusste ich auch wieder nicht. Meine Güte, es gibt so viele Sachen in Minecraft, die man noch gar nicht weiß. Man denkt immer, ach, man weiß doch alles. Und, oh, ich habe so viele Diamanten. Ich verteile sie schon mal hier im Publikum. Hier, für jeden. Hast du vielleicht schon durchs reine Einsammeln mehr, als du überhaupt verdienst? Nein. Nein. Wir schauen an den Notar. Nein. Nein. Nein, 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 ich stehe auch schon. Niemals. Also, wie cool hier bei euch. Aber Diamantrüstung dazu, zwei Diamantschwerter. Nein. Nein. Ist alles super. Gut. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, hat wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier heute wieder teilnehmen durfte bei Wer wird Diamantionär. Hat wie immer Spaß gemacht. Wenn es eine weitere Ausgabe gibt, bin ich natürlich gerne wieder mit dabei und versuche mein Glück auf neue Diamanten. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, nochmal danke für die Einladung. Ja, dann nochmal danke an den Kackermann, der mich heute wieder gespielt hat. Und sonst würde ich sagen, war es das für eine Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch von mir. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss.